Musikverein und Brunnen Passage Musikverein und Brunnen Passage stellen uns mit dieser tolle Veranstaltung die Brücken zur Verfügung, die uns mit einer Welt verbinden, in der verschiedene Sprachen, vielfältige Musikformen und Klänge Platz finden. Und mit diesen Brücken wird Wien umso schöner. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich ein Teil von dieser Brücke sein darf. Merhabalar, Musikverein Wiener, Önümüzdeki sene 4 Haziran 2022 tarihinde çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 6 farklı ülkeden, 6 farklı dilde kadın sanatçıyı aynı sahnede bir araya getiriyor. Ben de bunlardan birisiyim. Sizler de hikayelerimizi, seslerimizi, ezgilerimizi bizimle birlikte paylaşmak isterseniz, hepinizi konserimize ve güzel etkinliğe bekleriz. Aラmhahar, Musikverein Wiener, Brunnen Passage, Wiener'in vierten die Brunnen Passage zum 5.egen, da das sie 5 ist. Kaul herstensiv 2021, der Saalona Mezzin, der Muzikverein Söhle, Konferent der Musikverein das jeb, in 6 etigen Jahren, das jebette sie in 2.6 mieli. Nur 50 Jahre olden. Jetzt bin ich hierher, das dared da. Untertitelung des ZDF, 2020